Hallo, mein Name ist Zuka, meine Damen und Herren, wir versuchen heute einen perfekten Kreis zu zeichnen, denn wir spielen Draw a Perfect Circle. Wir klicken einfach mal auf Go und müssen jetzt um diesen Punkt herum einen perfekten Kreis zeichnen. Ich mach's einfach so langsam, wie es geht. Oh. Okay, wir dürfen doch nicht zu langsam sein. Ich mach jetzt mal einen ganz großen, vielleicht haben wir dadurch große Möglichkeiten, um es irgendwie anzupassen. 85. Draw a Fullster. Ja, weil ich jetzt an den Bildschirmrand gekommen bin, oh wow. Wir machen es jetzt mal ganz normal hier außen rum. New Best Score. 94,9%. Es fühlt sich so an wie ein Spiel, was ich schon mal gespielt habe. Aber ich habe gefühlt wirklich alle Website Games eh schon durch. Ich versuche jetzt noch einen kleineren Kreis zu machen. Ich bin bei 99%. Nein! Oh mein Gott, ihr habt es gesehen. Ich war einfach hier, war ich einfach bei 99% und dann habe ich voll reingeschissen. Ich versuche mal noch kleiner, geht auf jeden Fall noch kleiner. 94,3. Das ist zu close, so machen wir jetzt. 97,4%. Oh wow, das wird krass sein. Youssef, willst du mal? Du guckst die ganze Zeit schon rüber. Natürlich willst du. Mach, komm. Ohne reden. Okay. Ich bin ganz spannend. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Nee. An dieses Schlangenspiel. Hast keiner nachgefragt. Einfach drauf los, ne? Einfach drauf los. Setz dich irgendwo an und mal jetzt einen Kreis. Nein. Die hat es echt schwer. Man verkackt immer so, die erste Viertelumdrehung ist krass. Das war bei mir auch so, weil ich einfach bei 99%. Ja, mach jetzt mal. Einmal einen kompletten Kreis, dass du einmal so die Umdrehung überhaupt drin hast. Sehr gut. Also wenn da einer auf 100% kommt. Ich kaufe euch ein Auto. Und es werden jetzt nur Leute kommen, die das Photoshoppen. Youssef, sobald du einmal auf diesem Stuhl sitzt, ist es komplett heiß, ne? Das ist so irre. Dieser Typ hat eine integrierte Sitzheizung in seinem Arsch. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich mach jetzt nochmal einmal einen Highscore. Guck mal, 99. Oh, und jetzt kacke ich wieder rein. 95,8. Ist trotzdem so, dass so ein Hintergrund kommt. Aber 97,4? For real, keine Ahnung, wie ich 97,4 hingekriegt habe. Ich geh mal in die andere Richtung. 92,2. Ich geh auch so vor, ich guck nur auf die Mitte vom Dot. Vielleicht sollte ich lieber auf meine Spur achten, weil die verfärbt sich ja auch, je schlechter man wird. Ja, also bringt nichts. Ich komm nicht mehr bei 97,4. Das check ich aber auch nicht, wie ich das hinkriegen konnte vorhin. Wir spielen heute allerdings nicht nur das Draw Perfect Circle Spiel, sondern auf dieser Website, auf der wir heute unterwegs sind, gibt es noch eine Menge andere Spiele. Das heißt, wenn ihr da selber mal vorbeischauen wollt, die Website heißt nil.fun. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, wir haben es euch verlinkt. Sind sehr geile so Internetspiele zum Zeitvertreib drin. Und wenn ihr wollt, dass ich andere Spiele davon noch spiele, schreibt es auch in die Kommentare. Wir machen jetzt mal Asteroid Launcher. Oh mein Gott. Wir können einen random Ort auswählen auf der Welt. Oh mein Gott, ich kann sogar rübergehen nach Deutschland. Ey, jetzt wird erst mal sowas von Köln zerbombt, ne? Funktioniert das jetzt richtig? Warte, das hier müsste Köln sein irgendwo. Ja, hier ist Köln. Da ist Köln. Ey, wir hauen jetzt erst mal. Guck mal, wir können jetzt hier auswählen, wie groß das Ding sein soll. Wir machen jetzt mal einen kleinen. Machen wir einen Meter. Speed machen wir auch nicht zu, machen wir 20 kmh und Impact Angle. Machen wir mal, lassen wir mal auf Stand. Launch Asteroid. Okay. Hm? Ah. Jetzt launchen wir da einen Asteroid. Gleiche Einstellungen. Was? Ist immer noch da hier. Das ist genau der Heumarkt. Wir launchen nochmal einen. Okay, es würde diesen Bereich, ein 1 Meter Asteroid, wurde gefühlt die halbe Kölner Innenstadt auseinandernehmen. Was ist, wenn wir einfach mal nicht deutlich höher gehen, sondern wir gehen mal auf 10 Meter. Das ist das Zehnfache. Und launchen das mal direkt hier. Neumarkt. Ja, wir haben in Köln einen Ort, der heißt Neumarkt und einer heißt Heumarkt. Völlig lost. Weiß ich selber nicht so ganz, was sie bei dieser Stadt gedacht haben. Launchen wir jetzt aber einfach mal. 10 Meter Asteroid. Der war gefühlt gar nicht größer. The asteroid blew up 23 km above the ground. This size happens about every 22 years. Durchschnittlich alle 22 Jahre gibt es so eine Asteroidenexplosion irgendwo auf der Welt. Gut. Ich meine, unser Planet besteht zum Hauptteil aus Wasser. Das heißt wahrscheinlich, krachen diese Dinge einfach ins Wasser. So oder so. Gehen wir jetzt nochmal auf das Höchste, was es gibt. Einen 1,5 Kilometer großen. Bleiben aber in dieser Ansicht. Das heißt, dann haben wir jetzt den direkten Vergleich und jagen das Ding auch wieder direkt in den Neumarkt rein. Komm, wir machen mal ein Speed auch 100 kmh und Impact Angle machen wir auch mal das Höchste. Wir machen das Höchste, was es gibt. Ah! Hm. Haben wir auch noch die Hälfte von Düsseldorf mitgenommen. Tatsächlich. Leverkusen auch komplett mitgenommen. Haben wir Gladbach mitgenommen. Das ist in Gladbach. Da, Mönchengladbach. Nee, haben wir nicht mitgenommen. Bonn. Haben wir Bonn mitgenommen. Bonn haben wir auch noch mitgenommen. Ist halt so schön. In Köln drumherum sind so viele Städte. Berge, Gladbach haben wir ja auch noch. Das heißt, wenn wir einen so einen riesigen Asteroiden in Köln reinjagen, nehmen wir direkt noch ein paar andere Städte mit. Stattitude Earthquake. Ach, allein dadurch, dass wir diesen Meteoriten oder diesen Asteroiden, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Allein dadurch, dass wir den in Köln reingejagt haben, hätten wir einen Erdbeben, der Stufe 9,2 erzeugt, von dem allein von dem Erdbeben nochmal 600.000 Leute gestorben wären. Das finde ich so irre. Und das alles mit einem, mit diesem Krater. Damit hätten Leute einen Impact, die dann basically hier unten sind, in Monaco. Hier unten wäre das einfach angekommen. Ja. In Monaco. Sogar zum Teil auf Mallorca. Die obere Schicht von Mallorca hätte einfach diese Schockwelle mitbekommen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir theoretisch genau das gleiche Ding mitten in den Nordatlantik hauen. Mitten wo das Schild ist. Launchen wir mal. Gar nicht mal so viel. Mitten im Wasser. An Impact this size happens on average alle 34 Millionen Jahre passiert. Okay, da brauchen wir uns gar keinen Stress machen. Aber das zeigt uns allein mal, wie viel Wasser wir wirklich auf unserem Planeten haben. Wir haben wirklich mehr Wasser, als wir irgendwie Land haben oder so. Das ist schon krass. Deswegen werden solche Dinger wahrscheinlich einfach nur... Boah, schaut euch das mal an. Es erinnert mich gerade an das Cover von dem Buch der Schwarm. Habt ihr das gelesen? Sehr gutes Buch. So oder so will ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wir beten natürlich alle, dass so ein Asteroid niemals einschlagen wird, während wir noch auf dieser Erde sind. Wird's aber höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich finde das auch so irre in der Wissenschaft, dass sie einfach wirklich vorhersagen können und predikten können, dann und dann kracht der und der Asteroid mit der und der Neigung dort und dort rein. Da habe ich höchsten Respekt vor, wenn Leute sich einfach mit... Astrologie, ist es Astrologie oder Astronomie? Astronomie. Astronomie, ne? Was ist Astrologie? Gibt's das überhaupt? Gibt's da einen Unterschied? Ich hab keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall irre, wenn sich Leute damit auskennen. Studiert irgendjemand von euch was in die Richtung... Das würde mich geistklang interessieren. Schreibt es da unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video, da, was es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr das morgige Video nicht verpassen wollt. Morgen kommt eine Reaction online und da sehen wir uns dann wieder. Gibt's einen Unterschied? Die Astronomie ist die Wissenschaft, die sich mit den Himmelskörpern der Bewegung und der Entwicklung beschäftigt. Die Astrologie dagegen beschäftigt sich mit dem Schicksal der Menschen unter dem Einfluss der Planeten. Also Astronomie. Astronomie. Tschüss. Musik